Ganz viele Leute glauben, dass Meditation Denken ausschließt. Also wenn du meditierst, bloß nichts denken. Aber ist das wirklich so? Will man es angucken, wofür das Denken gedacht ist, dann dafür Probleme zu lösen. Also Denken per se ist schon mal was ganz Gutes. In der Meditation geht es erst einmal darum, mit den Dingen, die in uns sind, zu sein, ohne über sie nachzudenken. Das ist richtig. Aber es geht darum, dass wir natürlich in der Meditation nicht nur den Atem beobachten. Der ist ja nur ein Mittel zum Zweck, um die Aufmerksamkeit zu binden. Sondern es geht ja darum, eine Erfahrung zu machen. Eine Erfahrung, wie funktioniert nämlich der Geist. Damit wir unseren geistigen Impulsen im Alltag nicht blindlings vertrauen und einfach folgen. Das bedeutet also, dass wir in der Meditation immer wieder Augenblicke haben, wo wir uns sogar beim Denken zuschauen oder zuhören oder beobachten. Und in diesen Beobachtungen machen wir ganz oft eine Erfahrung. Und es gibt im Buddhismus einen schönen Dreiklang. Der Dreiklang heißt Akzeptanz. Das ist nämlich der Zustand, in dem wir in der Meditation mit den Dingen sind, ohne zu reagieren. Sie also akzeptieren. Dann verstehen. Das heißt, der Geist, also der denkende Geist, muss sozusagen das Problem verstehen. Der muss verstehen, wie es zu diesen inneren Kaskaden von Gedanken kommt. Und dann Veränderung. Und Veränderung kann nur stattfinden, wenn der denkende Geist sich etwas vornimmt, in der nächsten Situation etwas konkret anders zu tun. Lange Rede, kurzer Sinn. In der Meditation wird immer Denken sein. Im Vordergrund ist immer ein Meditationsobjekt, zum Beispiel der Atem, das keine andere Funktion hat, außer die Aufmerksamkeit in Präsenz zu halten, damit wir nicht über irgendetwas nachdenken. Deshalb binden wir die Aufmerksamkeit so stark an das Meditationsobjekt. Und im Hintergrund laufen dann all die Prozesse. Und manchmal, manchmal merkt man in der Meditation, wow, da ist aber gerade ganz schön was los. Und das ist immer ein Moment, in dem Denken sinnvoll ist. Ja, weil du in dem Moment vom Denken Gebrauch machen kannst, um eine Erkenntnis zu haben, die dann wiederum zur Veränderung führt. Also, viel Spaß beim Medizieren mit und ohne Denken.